Jedes Röhrchenblut enthält die Hoffnung auf ein gesundes Leben. 450 Menschen ließen sich in Wirmichhausen Blut abnehmen, um einen Stammzellenspender zu finden. Der wird gesucht für die an Leukämie erkrankte Reinhild Jochem. Ihre Geschwister hatten die Typisierung im Dorfgemeinschaftshaus für sie organisiert. Viele Helfer waren im Einsatz, um den Spendern das Blut abzunehmen. Die Organisatoren waren überwältigt von der Beteiligung. Auch viele Geldspenden gingen ein, die zur Finanzierung der Blutuntersuchung gebraucht werden. Zum Abschluss konnten sich die Spender stärken.